Morgen Leute, wie geht's euch heute? Es ist gerade 10.41 Uhr und ja, ich werde hier mit Licht bestrahlt, ja von meinem Handy und ja, weil sonst habe ich hier kein Licht. Ähm, ja, es ist gerade Samstag, der 2. März. Und, okay, Jackie hat sich gerade erschrocken. Was war das denn, Jackie? Also, Jackie, wie geht's dir denn heute? Ja, ganz gut. Es ist toll, es ist ja alles angenehm und ja, ich denke, es ist sehr, sehr schön und sehr sauerlich. Ja, also hier zeige ich es euch noch. Und ja, ich habe Jackie als Hintergrund. Es ist so süß. Jackie, wie geht's dir denn heute? Wie gesagt, es ist alles ruhig. Stimmt. Also, joa, wir haben eigentlich heute nichts zu tun. Und es ist heute sehr langweilig, heute. Aber ja. Oh. Oh. Er ist aber heute süß. Ich bin immer süß. Joa, das kann man schon sagen. Also, Leute, wie gesagt, es passiert nichts. Also würde ich mal sagen, tschüss. Tschüssi, meine lieben Fans. Hm, Spaß. Aber tschüssi. Mua, mua. Hab euch lieb. Mua, mua. Und?